Hallo! Willkommen mal wieder zurück zu Pokémon Bloody Bloody in der Käfer 1. Ja, wir wollen jetzt mal direkt weitermachen. Oh, mir fällt ein, ich musste mir hier noch was abholen. Den Forscher-Sack, den ich nie benutzen werde, aber egal, ich hab ihn. Das ist toll. Ja, und wo, ja, als nächstes werde ich jetzt den Fahrradweg entlang sausen. Nein, ich bin nicht interessiert und, ja, wir wollen trainieren und, ja, zwei Pokémon aus meinem Team müssen sich neu entwickeln und dann ist mein Team von Entwicklung her schon komplett. Das ist gut, das gefällt mir und, ja, wir machen mal hier den ersten Trainerkampf. Ja, und ich hoffe wirklich, dass es euch entstört, dass ich am meisten Pokémon White und für Bloody Bloody mache. Ich hoffe echt, das stört euch nicht. Hier ist ein Skog, ja, okay, wir machen Schlitzer. Wie gesagt, wenn ihr von anderen Projekten mehr sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich will ja, dass es euch gefällt. Und, ja. Okay, das Ding hat gerade Schrei gemacht, das gefällt mir nicht, aber wir schlitzen einfach weiter. Winter. Oh Gott, das war böse. Aber egal, es geht down. Es besiegt. Und, ja. Und, ja. Ganz klar. Gift Pokémon. Schicken wir das Netbo raus. Und machen Zielstrahl. Oh Gott, das Ding ist schneller, kein Windsschnitt. Okay. Gleich mit Leben. Hm. Damit kann ich nicht leben. Das ist nicht. Wow. Das war jetzt ganz böse. Aber Golbert geht down. Es besiegt. Und, ja. Ja, gar nicht so schlecht. Okay. Okay, ich wollte mal Tränke benutzen. Das war ja eben ganz schlecht. Das war eben überhaupt nicht toll. Was abgegangen ist. So ungefähr. Und so. Ja, noch einen Tränk haben wir noch. Okay. Weiter halt. Da haben wir eigentlich verpasst. Oh Gott. Naja. Okay. Bonita. Oh shit. Ja, hier machen wir Flügelschlag. Oh, das war schön. Und dann noch einen Schlitzer. Und tschüss. Geil ab. Also was musste ja jetzt kommen. Wir machen einfach mal Hanweisel. Und hoffen, dass Gewählenkraft ne Menge zieht. Oh, Agilität. Das war dumm. Gibt nur einen Zug mehr. Oh shit. Feuerwirbel. Okay. 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 Das ist so schön. Ich sollte ja nicht viel abziehen. Gewählenkraft. Oh Gott. Feuerwirbel und äh. Gewählenkraft. Fast. Oh man. Das ist jetzt nervig. Bodycheck. Okay. Es hat sich selbst gepasht. Level 30 fernweise. Rotwipital wechselt nachher sein Besitzer. Und. Und. Gegen Mülltank setzen wir mal. Wieder sicher. Das ist einfach am besten für sowas. Mülltank 34. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nicht Geduld. Ja. Wie kommen wir jetzt aus der Sache raus? Hm. Wir müssen tricksen. Ich hoffe das klappt. Ich muss schneller sein und Schlag auf Puder muss treffen. Nein. Natürlich nicht. Okay. Es hilft das trotzdem. Ich weiß es nicht. Eine Kuh schneller als mein Splat. Oh Gott. Na ganz toll. Silberhauch. Komm. Ich merke schon jetzt. Das Spiel ist ja schon schwierig mit meinen Käfern. Aber ich werde es versuchen. Ich will es dir nicht aufgeben. Oh Gott. Weizer. Das musste jetzt vollkommen. Janma darf es besiegen. Ja. Mit Ultraschall. Oh. Ich dachte Janma ist so ein schnelles Pokémon. Okay. Adiadas. Oh. Schattenschluss trifft nicht. Das ist. Komm. Oh nein. Oh. Überlebt. Adiadas. Zum Glück. Das war jetzt ganz böse. Oh Gott. Das war jetzt ganz böse. Das war jetzt ganz hinterlistig. Schnelles ins Pokémon Center und heilen. Das war ja richtig. Das war fuck. Das war einfach nur krasses Scheiße. Scheiß Mülltack und Walzer. Dagegen ist mein Team richtig anfällig gegen die Steinattacken. Aber gut. Die Schwäche werde ich loswerden. Sobald ich einen Xerox habe. Sobald sich mein Sichel entwickelt. Dann ist das nicht mehr so schlimm. Und ja. Ich wollte jetzt nochmal den EP-Teiler wechseln. Für mein schwästes Teammitglied. Genau. Und das ist. Yo. Das ist. Von. Yanma. Geben. EP-Teiler. So. 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 Einen. So. Halt. Aber. Wir hatten ja zwei Trainer. Oh Gott. Schon wieder fünf Minuten vorbei. Bei mir dauert alles lange. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich weil ich kämpfen. Aber okay. Ja. Flügelschler. Boah. One Hit K.o. Tauras. Ach komm. Sicheler. Sicheler macht ja alles fertig. Das finde ich. Klasse. Sicheler ist cool. Rügelschlag Oh schön, das war nicht gut Gut, schlaft schön Wir machen Zornklingel, die immer ein bisschen stärker wird Pro Hieb Das könnte nützlich sein Oh, das war ein Voltreffer, das ist ja ganz toll Komm Gegenstoß auf Gott Habe ich schwach So, ja, jetzt geht das schon ganz schön Ja, mach Erholung, das bringt dir auch nichts mehr Du hast mein Angriff noch stärker, wenn meine Zornklingel Na, schon die Hälfte, jetzt bist du weg Zornklingel ist praktisch, die werde ich behalten Fürs Erste Vielleicht auch die für immer Meine 20 für Yanmar und ein Dothrich, schade, da kann ich die Zornklingel Nicht mehr benutzen, oder vielleicht doch Wie viel würde die jetzt ziehen Akkupressur, Bisschen Verteidigung Schleifschlag Naja, okay, machen wir so weiter Zornklingel Ja, jetzt machen wir hier am Schluss mit Fliegelschlag Tschüss Zornklingel ist einfach nur nice Wird das mein stärkster Käfer im ganzen Team werden Ja, so wird das wohl sein Ja, hier machen wir noch Einen Supertränker für sich Dann geht's hier weiter So Okay Wollt die Lamm Okay Ja, wir machen Schlitzer Ja, 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 das Das war mir klar Beim ersten Schlag Eine Paralyse Diese Hexer Na gut, ich hab mich Ne, wie nennt man das Ich hab mich selbst Gehext Oh Gott Egal Dann auf jeden Fall So ein Bullshit Ist egal Ah ne, jetzt macht der Ladungsvorgang Okay, da kann ich halb vier machen Ruhe Gift verletzt Boah, ein Baumwolle sagt Ah, jetzt Das hier macht so eine Scheiße Das hätte mich schon killen können Aber egal Durch Gift verletzt Ja, das gefällt mir Ladungsstoß Ja, genau Das gefällt mir nicht Die Regenkraft Wird durch Gift verletzt Ja Dann auch Schlag Okay Denn jetzt kann Jan mal den Rest machen Und sich die Erfahrungspunkte holen Ja, das wird leicht Einmal Ultraschall Und das Ding ist erledigt Ich fass es nicht Jan mal schneller als dieses Ampfarrers Aber nicht schneller als Mülltank Oh Gott Verfolgung Nein, die Attacke hab ich schon Einmal in Team Darum brauch ich sie glaube ich jetzt auch nicht nochmal Ach Mann Ich wollte doch nur ein Item benutzen Dann war ich sie jetzt erwischt Und zwei Paralyse Hab ich in Team Stehen Ach, gerade zurück Hab ich so viele Paraheiler So Ja, heilen tue ich mich jetzt nicht Ich versuche es einfach so Ja, und los Magnetilo Ja, vielleicht Spuckmann habe ich hier am Start Stahl, ja Mir fällt auch auf Ich hab hier nichts Gutes gegen Stahl Komm, Zaunklinge Zielschuss von mir aus Komm, wir wissen, wie das Spielchen jetzt läuft Wir machen Ja, mal die Speed erhöhen Ach, nee, doch mach Ach, meine Güte Gerade schrei Ja, mach, mach Los, mach ruhig Ja, jetzt Aber ich Ja, ich bekomme Ich werde mich sowieso nicht fahren Von daher Mag gut tun, aber ich werde sie jetzt nicht einsetzen Weil ich hab hier noch Zaunklinge Und den möchte ich jetzt voll Ja, ich treffe nicht Dann komme ich jetzt wieder alles weg, oder? Ich weiß es nicht So, misch ist ja Funkensprung Warum war mir das so klar? Warum? Ja Adiados Und nach Nebel sind hier gefragt So ungefähr Greileschreie Ja, das bringt hier nichts mehr Biss mich gleich weg Weg vom Fenster In etwa so Na ja, das ist immer praktisch Geht nur für sowas Wenn ich nichts effektives habe Graf ich einfach mal mit Nachnebel an Und dann geht das schon irgendwie Mit drei, vier Angriffen Griffen Ja, ich muss mich mal wieder heilen Und ja Der Fahrradweg ist glaube ich nicht lang Gut, ich hab schon elf Minuten Verbrauch Finde ich nicht toll Oh Gott Warum? Warum immer ich? Oh, na ja Ist jetzt egal Immer so ein scheiß Pech Naja, ich hab mir auch hier sowas Sauschweres ausgesucht Bloody Bloody Kifferwand Wie krank ist das? Wohl ja klar, dass es nicht leicht wird Aber na gut Ist nichts zu ändern, Leute Ich will es jetzt durchziehen Mir ist heute zu klar geworden Wie krank das ist Dass es wirklich total Krank ist Dass es eigentlich sucht wie unmöglich ist Aber egal Ich stehe es jetzt durch Und ich werde es schaffen Ich werde es schaffen Ich werde es Aseus am Ende Naja Die UB4 Werde ich am Ende voll besiegen Mit Käfern Das wäre so doll Und darum werde ich es auch schaffen Und ja Hier ist noch einer So Ein Tanz Wie schön Mal viel geschluckt Und dann bist du weg Genau so in etwa Was der LKR Wir nehmen mal wieder Die Arthas dafür Was machen wir dann Nachtnebel Okay Komm mir aus Neuigkeit sinkt Oh Gott Nein Ach ne Das hier ist immer cool Naja komm Ich werde es sowieso nicht mehr wechseln Also Gegenstoß Ach ja Findest du wohl witzig Ja Find ich auch sehr witzig Ja Find ich toll Jan man darf es besiegen Heute war es schon Weg Okay Sobald wir durch den Jan Mega haben Dann ist hier alles ganz toll Oh Shit Leute Ich weiß nicht Wann ich das Video angefangen habe Ich habe nicht Gleich Den Timer gestoppt Und daher muss ich jetzt Schluss machen Ich wollte sowieso noch ein Part machen Also sehen wir uns gleich wieder Bis gleich